Da ist einer! Da ist einer! Der ist doch lost! Oh! Der auskommt! Der auskommt! Du kannst nicht mal, es passt dir auch. Du kannst sogar länger was haben. Heute drehen wir das Intro und das Outro und Tag danach. Wir haben gestern die Sachen bestellt, weil es kam was dazwischen. Und das Intro wurde einfach gelöscht. Eyo! Snowberg Gang Gang! Was geht ab, Freunde? Wir sind wieder auf den Kanal. Ich bin sehr, sehr niedrig. Es ist erst halb neun. Und trotzdem müssen wir noch mal das Intro drehen. Deswegen ein bisschen weniger Energie kommt runter jetzt. Yeah man! Okay Leute, wir drehen auf jeden Fall heute ein Kill gleich eine. Offright Sache! Offright! Offright Sache auf jeden Fall. Ja Leute, das habt ihr euch alle erwünscht. Auf Facebook im Kanal kam es schon sehr gut an. Heute mit Niki. Du kannst Prokel eine Offright Sache bekommen. Aber Leute, er muss einen Win holen, damit auch die Kills gezählt werden. Er hat zwei Runden Zeit. Sprich, wenn er keinen Win holt, wird er nichts bekommen. Wenn er aber 10 Kills macht und Winner holt, trägt er 10 Sachen. Deswegen Leute, das sind sehr, sehr nice. Gebt jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, Freunde. Und ich würde sagen, abonniere mich auf Instagram. Ich heiße auf Insta MC-Niki. Abonniert Niki auf jeden Fall auch. Er hat mehr als sich. Auch hat er mehr als sich, Alter. Weil ich der King und der Tag immer gleich hier raus, Alter. Nee, das ist mir zu viel. Wie auch immer, Leute. Abonniert uns auf jeden Fall und werdet dann teilen. Das sind Logo Gang Games. Ihr werdet jetzt sehen, ob es nicht klasse geschafft hat und wie viel er bekommt. Deswegen würde ich sagen, here we go. Okay, Niki, wo willst du hingehen? The Grotto. The Giotto. Okay. Leute, seine erste Runde. Wie gesagt, er hat zwei Runden Zeit, um einen Win zu holen. Wenn er es schafft, kriegt er dementsprechend viele Off-World-Artikel. Wenn nicht, Niki, dann wird es ein bisschen bitter aussehen, würde ich sagen. Leute, dann schreibt mir auf jeden Fall unter den Community-Beitrag. Jetzt, ihr wisst ja, meine Kommentare sind deaktiviert. Schreibt unter den Community-Beitrag, was ihr noch für Marken sehen wollt. Sprich Nike oder Adidas oder Louis Vuitton. Das hat er schon bei Felix gedreht. Ich schaue auf jeden Fall auch Felix seine Videos dazu ab. Ein Kill, eine Marke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe heute schon viel Geld ausgegeben. Ich war heute schon in Bielefeld und habe für meine Geschwister schon ein bisschen was eingekauft. Wo sieht dein Körper aus, Juno? Der Skelett? Ja. Du hast so ein Skelett in der Hose. Oh, oh. Ja, so noch ein bisschen. Du hast dich mit sein. In der Hose. True Story, Leute. Jetzt ist es endlich raus. Danke, dass du das endlich gesagt hast. Leute, ich weiß ganz genau, ihr seht schon. Fresh, nicht fresh. So, wir haben jetzt hier. Digga! Snip! Warte, wo hab ich gesniped? Oh, da ist einer. Oh, 20 hat direkt. Noch in den. Noch in den. Der ist halt schon. Der ist halt schon White Life. Ja! Ja! Ganz schnell! Ganz schnell! So steht der Worte. Hast du gesehen? Oh, nicht so wie du einen. Aber Leute, wir haben jetzt noch einen Artikel, falls er gewinnen sollte. Weil ein Artikel kostet ja schon teilweise 300, 400, 500. Hier ist ein Gegner, du Fischkopf. Wo denn? Ich seh keinen Gegner. Da oben. Ah! Was ist der? Da ist einer! Oh! Ah! Oh, er schießt aber auf dich. Ich schießt auf dich. Kleiner Go. Oh Mann ey, warum macht er dich denn? Ich hätte dich weggehen müssen. Guck, er schießt mich nicht mehr an. Leute, was war das schon wieder für ein geisteskranker Snipe? Was war das schon wieder für ein geisteskranker Snipe? Man ist direkt schon wieder zwei Kills. Schon zwei Artikel. Mann, was ist das für eine Waffe hat ein Gold? Ich sollte das mal mit Noraschen? Mann, was ist das für eine Waffe hat ein Gold? Ne AK! Ne AK! Ne AK! For back! Guck mal, was ich selber wieder hab. Digger, 81 Schüsse. Das kann der dritte Kill werden. Das kann der dritte Kill werden. Das kann der dritte Kill werden. Da haben wir verbunden, der dritte. Der ist doch los! Oh! Oh! Genoscoped! Genoscoped! Leute, der hat ihn endlich genoscoped. Er hat ihn endlich genoscoped. Was ist denn das hier? Es ist jedes Mal das fucking selbe. Ich werde... Junge, Alter! Wie viel... Was ist denn mit dem los? Und Niki hat sich so krank verbessert, ne? Über die Vorstellung andere machen unsere Personentwicklung. Und Niki geht so, Alter! Wie man... Oh! 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 Die Frage von Giovane Daniel. Ey, auf deiner! Lost! Er sniped und trifft hier nicht mal. Das ist aber ja absolut los. Junge, absolut der beste Spieler der Welt. Der ist so gut. Baby, der ist richtig schlecht. Was ist das denn für einer? Junge, Alter! Der war euch ja besser. Was ist denn für einer? Besser als Tiffy, nennt ja Junge! Tiffy! Tiffy! Tiffyuuu! Ja, lost! Absolut der beste Spieler. Ich will dann für... Ich seh da jetzt schon den vierten Einkaufsartikel. Junge! Absolut der beste Spieler der Welt! Oh mein Gott! War das der beste Spieler der Welt? Oh mein Gott! War das der beste Spieler der Welt? Ey, ich kann gar nicht mehr. Du bist du zu was? Du bist du zu was? Zu besser! Zu besser! Zu besser! Zu besser! Du machst die übel zusammen! Das ist mein Freund, der nicht mal zu bauen kann! Mach dich schneller, Alter! Komm! Das sag ich ihm erzählen, Alter! Oh! 150er! Wir hätten das 150er, das du denkst, bedrückt! Ey, das kann schon der fünfte Artikel werden, ne? 150er, Alter! Das ist echt... Es wird zu wild! Ey, ganz nicht leben, der kleine 31er! Ist das ne Banane? Ne Banane, Junge! Ich fress deine Banane gleich auf! Ich weiß nicht! Ich fress ihn auf! Aber ich hab das Gefühl, dass er dich irgendwie kriegt! Maul! Er hat das blödliche Trommelgewehr! Das ist übel ok! Das Trommelgewehr ist übel ok! Oh! Okay, du hast ihn! Der fünfte oder sechste? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Mit sich das Trommelgewehr? Alter, noch einer kommt! Der blödliche Skar! Der blödliche Skar, der blödliche Skar, der Typ! Wer denn? Jetzt kommt! Irgendwer kommt da! Ein Grappler! Er hat den blödlichen Grappler, Junge! Ja! Nein! Ja! Ja, Freunde! Das ist ein Appell! Erste Chance verbannert! Ja, 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 ja! 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 Okay, Freunde. Und eine zweite Chance! Aber die erste schön verbannert! Ja, zack, bam bam da! Was ist das hier? Bester Mann! Hey Freunde! Ich würde sagen, ab zur nächsten Runde! Go! So, ich land' jetzt in Misty Mellow! So, Leute! Der zweite und letzte Chance! Wenn er jetzt wieder verkackt, dann wird es gar nichts vom Odd-Freud. Also ich würde sagen, Niki, jetzt reinhauen. Jetzt musst du Gas geben. Er hat gerade eine gute Runde gehabt! Sehr gute Kills, Freunde! Aber dann wurde er unglücklich geholt und nur 16 von dem geilen also panda wirklich hier juli wc öko 20 hp es kann direkt schon vorbei seine chance okay glück gehabt man es ist immer dasselbe hätte es auch einfach verlieren können dann wäre es vorbei gewesen aber nein er kriegt jetzt wieder voll blutel ja und das auch 130 und das rocket launcher aus einem guten hit oder zwei jahren ist er weg mann ich war wieder klar ich dachte ich dachte mir warum machen wir es kurz und knackig aber nicht direkt wieder den kill ja nice nicht mit einem kill du musst du noch 43 gegner was war das werden mann schilder 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 jungen immer schilder ich will dass du hier ganz schnell wieder dass ich ganz schnell kriegt und dass es hier vorbei ist der spuk für mich du tust mir mein konto nicht gut ich bin bei solchen challengers bin ich immer recht aktiv und zu schauen einfach einfach weil man so mitfühlt ich weiß ich fühl den schmerz da nicht aber ich muss ja zahlen deswegen kein gegner nicht ich finde es gar nicht so schlimm sagen wir mal so ne das ist ja absolut los das ist ja ohne das wohnet ja das wohnet ja es war auch klar hier war klar dass er wieder wohnet war das na los ja guck doch noch zu machen es ist kein auge ja okay freunde zweites artikel ist im wahrenkorb drin deswegen ich weiß nicht freunde ich glaube das ist kein ebisch da steht gleich eine 10 10 betreten lazy lag hier musst du mal wer sein oder nicht sniper in die hand nehmen das ist nicht normal bruder es ist nicht normal dieser junge ist ja wirklich der snipe gott in diesem spiel oder er hat heute schon in zwei games natürlich das zweite game jetzt habe ich schon drei oder vier sniper kipps gemacht oder junge der snipe champion of the world niklas ohne schwarz junge brutale snipes alter woher wie man daumen nach oben für die snipes oder welcher wie bei jetzt mal leichter und auf jeden fall support teilt das video ist wieder wach was los also ich glaube dass niki den holt weißt du warum der schon viel zu defensiv nein der ist viel zu defensiv der typ ja ich war nicht in die nase war corona corona ist doch nicht sein ist kann es doch nicht sein leute ist eigentlich ein witz er hat wieder ein sniper kill gemacht was ist denn das nikki ich weiß nicht studierst du die ganze zeit nur swipen was nutzt mit dir meine güte alter vier kids schon wieder die gar nicht aber allein ernst du ich sollte ernst mehr snipen als alles andere in deinem leben leute es war schon wieder ein sniper ich brauche nicht mal zwaffn ich kann ich kann mit selber spielen ich habe sie gehen das wäre zum glück hast du nicht bekommen der rest gegeben ja und trotzdem hat er den klug bekommen ja das lost er ist auch durch er die hat schon wieder so viel ist kassier oder schon so viele hits kassiert das ist ja schon sehr gut junge wir wollen ja auch schon von viel ist es wieder ein paar jungen guck mal wieder egal wie er baut sein dach auf jungen er gibt direkt geld was das alter mateo gaming digga zwei drei leute machen auge alter bestimmt das sind lobo games tief im inneren ich weiß fan love ich weiß fan love ich kann kein englisch sag mal auf englisch hallo ich bin niklas sag mal was ich bin niklas sag mal hi ich bin niklas hallo ich bin niklas gar nicht mal so was ist ein wort oder das ist ein echter gegner ich wollte mit dem team ehren los heute was soll ich sagen was soll ich sagen was soll ich sagen blöd dann kriegst du keine aufweiter zu gewinnen werde ich jetzt alles aufgeben nur an den typen einen kill zu geben ja das ist ein breiner aber er ist süß er ist ja auch südlost er ist nicht andere aus hier bei solchen wegen er war der beste spieler der welt das ist auch so ein bruder das war einer dieser sorte er geht einfach in krieg ohne zu bauen ohne sich zu rüsten er hatte keine meds er ist der beste spieler der welt gewesen natürlich glaubt wenn der controller nicht ein anderes wer da gemacht hat das hat er da gemacht so leute er hat nur noch 19 also 19 hp und 100 blue life alter junge ich geh nicht weiß du hast noch 6 gegner aber du hast keinen kill mehr gemacht du musst dir dann kill machen sonst hast du nur 6 gegner ich sag 19 hp junge ja aber das kommt nicht ja niggi aber hm der wird sich selbst noch zeigen es kann es nicht sein es kann es nicht sein siebter kill freunde das ist deine siebte sache zettrik hat mg was heißt denn mg dass du mundgeruch hast pfff ehre genommen junge ich mach dischbattle 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 ja ja er kann auch nur snipen freunde seht ihr das du hast einen kleinen in deiner hose ah ah und die girls bekommen von dir keine rose sondern du bekommst von den girls alle rosen und du bekommst von den girls keine rosen hä das hab ich ja schon wieder gesagt ich geb den girls die rosen weil ich bin der bachelor oh neun hp was ist denn da los neun hp freunde ohne freunden aber noch 100 blucher nur neun hp ein fall schaden könnte alles für ihn beenden aber pass auf du musst nur ein mal fall schaden bekommen einmal ein tipp von der sau okay wo man das entscheidend ist alles 66er handy dann hab ich nicht vorhanden das hat sich alles bekommt dulz sachen authentication ja Er lässt sich von der Zone sterben! Er lässt sich von der Zone killen! Wie dumm muss das denn sein? Er hat sich von der Zone... Er hat sich grad nicht von der Zone killen lassen, oder? Okay, Freunde! Niki, du hast jetzt 8 Sachen bestellt, 8 Kills geschafft! Ohne Spaß! Zu heftig, auf jeden Fall! So, Niki, dann gehen wir diesmal nicht auf Off-World, sondern auf Farfetch! Das wär noch, Alter! Direkt mal rock in die Leder! Sind wir beim Militär oder so? Militär fände ich eigentlich fresh, muss ich sagen! Was willst du dir hiervon gönnen? 2.000, ja! Alter, ne Bomberjacke für 1,5! Ist das in deiner Größe? Muss wir mal gucken! S, ja! S passt sogar, Niki! Digga, die ist fresh, ne? Ab in den Warenkorb, Alter! Den willst du? Ja! Digga, schon in den nächsten Udi, Freunde! 432 Euro! S! Ja, Alter, das sieht heftig aus! Bavarina, Junge! So, okay, hier gibt's die nächsten Empfehlungen! Ich glaub, die sind ganz fresh eigentlich die Empfehlungen, wenn man hier so durchgeht! Hey, hey, hey! Aus Baumwolle, Digga! Ich bin fast ein Taui für Baumwolle! Gibt's doch nicht in deiner Größe, da müssen wir wohl weitermachen! Was gibt's doch sonst so hier für'n Holy Day? Ja, Digga! Diese weißen! 410! Bitte gibt's mir die Größe! Ja, XS! Na, der ist fresh, saved! Der ist schon nice, kann man nix sagen! Der ist halt ein Zusager, Alter! Wir wissen schon, ob es drei Wrecks ist! Die! Ja! Digga, übertreib dich, Junge! Übertreib dich, Junge, die kosten... Was the fuck?! Ich bin scheiße ernst! Es ist gar nicht mehr lustig! Fällt dir auf, dass es gar nicht mehr lustig ist, ne? Was, der ist ein X, der ist noch... Der ist den XS1315! Nee, ne, 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 ne... Es! Junge, nein! Du kannst mich mal, es passt ja auch, Alter! Du kannst sogar länger was haben! Okay, eine Sache, Niki, die finale Sache, ey! Wir sind einfach bei 6,2! Boah, Junge, ich will so richtig teure Sachen! Nein! Und er ist so ne Ratte, ne? Den! Er ist so ne Ratte! Er nimmt extra den für 1,5! Der ist oversize! Der wird dreimal so groß wie du sein! Wissen weiss! Wir sind bei 7.000! Leute, wisst ihr, was das Schlimmste daran ist? Wir sind hier bereit bei 7.000 Euro, ne? Als wäre das nicht genug für Klamotten! Die wollen verdammt nochmal ehrlich... Fassandkosten! So, weiter als Gast! Und jetzt? 7.000 Euro! Oder eher 7.000 Euro! Wo ist denn mit Paypal? Ich will mit Paypal zahlen! Oh mein Gott, Alter! 7.527 Euro! Ich geb's dir eben kurz alles ein, Freunde! Es ist nicht mehr normal! Es ist einfach nicht mehr normal, Freunde! Wie viel Live sollen die erstmal dafür droppen? Sagt das mal, Niki! Wie viel sollen da kommen? Mindestens 15.000 Likes! Das ist wieder! 15.000, Freunde! Aber 10.000 müssen da drin sein! Safe! 10.000! 10.000, Niki! Du brauchst dein Geld! So, okay! Ich zahl mit Paypal! Alter! Dieses... 10.000! Dieser Button, Alter! Okay, Freunde! Wir bestellen das jetzt! 3... 2... 1... 1... 2... 3... 2... und ich würde sagen, always stay fresh und peace!